Be thou my vision, O Lord of my heart. Not be all else to me, save that thou art. Wir sind hier, um einen Job zu erledigen. Be thou my best thought, by day or by night. Es gibt keinen Grund mehr für einen Bankraub, Clay. Ich schwöre, wenn er das versaut, ist er ein toter Mann. Du bist ein toter Mann, Myers! Seit wann bin ich hier? Drei Tage. Sie waren schon fast tot, als wir sie gefunden haben. Es gibt Hoffnung für Sie, Henry. Ich habe keine Hoffnung mehr auf ein gutes Leben. Gute Nacht, Mr. Henry. Mr. Henry, bist du ein Arbeiter? Nein. Wenn ich so viel esse, sagt Mama, ich esse wie ein Arbeiter. Drei fremde Leute kamen und retteten mein Leben. Ist das die Liebe, durch die sie stark sind und durch die sie gute Menschen sind? Sehen Sie, Henry, Jesus sagt, dass er an unserer Tür klopft. An der Tür unseres Herzens. Und wenn du ihm die Tür öffnest, kommt er zu dir. Bob sagte, dass die Männer später auf der Farm von Lenzi auftauchten und ihn schwer verletzt haben. Mach dir keine Sorgen, Ma. Henry und ich sind ja da. Mr. Henry ist nicht mehr da. Was? Wir suchen nach einem Freund namens Henry Myers. Wo ist Henry? Ich weiß es nicht. Bist du dir sicher? Es gibt keine Vergebung für mich. Nichts wiegt so schwer, dass es keine Vergebung gibt. Still be my vision, oh ruler of all.